Hey Leute, heute wird das Video nicht um Steich gehen wie hier, sondern um etwas ganz anderes. Vielleicht haben sich welche gefragt, ob ich Haustiere habe. Und ich würde euch jetzt mal sagen, ich habe wirklich ein Haustier und das zeige ich euch jetzt. Mein Haustier ist das hier. Mein Hund ist ein Männchen. Tschätschä. Tschätschä. Ja. Und der ist richtig süß, sieht man die Augen nicht so, weil der jetzt noch nicht mehr beim Scheren war. Auf jeden Fall ist das mein Hund. Und ja, er ist nicht mal zwei Jahre alt, wird erst zwei. Und ja, gell, Tschätschä? Ich werde vielleicht auch manche Videos mit Tschätschä drehen. Da ist vielleicht eher so ein Hund. Und ja, ist er ja eigentlich auch. Ich habe zwar auch ein Pferd, aber das wohnt halt woanders, nicht bei uns daheim. Und ja, genau. Ciao.